hallo und willkommen zurück hier zu tales of arizona wir sind noch in diesem strangen dungeon und mir fällt oben links auf wir sind eigentlich heilus und unleveled ist das level 60 bereich also wir sind ja eigentlich viel zu schwachter dafür dauert es auch so lang ja mal versuchen ob wir packen am ende soll doch ein bosskampf kommen aber ich glaube dafür sind wir noch zu schwach trotzdem das beste besuchen ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lasse es jetzt mal vorbeigehen. Habe ich vorher gespeichert? Da kann ich jetzt eigentlich hin. Also da sind wir noch zu schwach dafür. Da sind wir diese Lichterportale. So wie es aussieht, ist bei Level 50 noch nicht Schluss, wie ich erst angenommen hatte. Also würde es wohl bis Level 100 gehen. Normalerweise machen die das immer so 50 oder 100. Die Zwischenschritte sind eigentlich eher unüblich. Zwisch habe ich das sehr selten encountered. Ja, laden wir das. Haben wir ja nichts versäumt, nichts verpasst. Aber wir haben es mal gesehen. Es kommt dann später irgendwann. Wenn dann die Fischschauende mehr so lange brauchen, um gekillt zu werden. Das Vieh ist fertig. Wir müssen eh zum Hof. Äh. Genau. Wir haben deine Uniform abgeholt. Ja genau, die wollte ich haben. Danke, Kinder. Ja. Ich wünschte, ich hätte sie nie getroffen. Sag mal, wie läuft es mit der Arbeit auf dem Hof? Habt ihr euch daran gewöhnt? Mehr oder weniger. Obwohl es wirklich anstrengend ist, mit den Tieren zu kommunizieren, muss ich sagen. Hä? Wirklich? Auf mich hören sie alle. Schon um das irgendeinem Grund scheinen sie auf alles zu hören, was du ihnen sagst. Ja. Ich schätze schon. Aber warum nicht auch auf mein... Äh. Aber warum auch nicht auf euch? Seht ihr denn nicht schon vom bloßen hinsehen, was sie wollen? Nein, nicht wirklich. Naja. Für mich ist es ganz normal, auf sie aufzupassen. Sie versammeln sich jetzt schon immer um mich herum, wenn ich arbeite. Ja. Ich wünschte, ich hätte diese Art Talent. Hehehehe. Schau, alle Weibchen strömen zu dir, Junge. Du glücklicher. Wolltest du nicht beliebt sein bei den Damen? Hey! Bei echten Frauen und nicht bei Tieren. Das erinnert mich daran, dass die größte Kuh hier mir etwas von ihrem Gras abgegeben hat. Weil tatsächlich ja ihre Gefühle gestanden. Hä? Vielleicht hätte ich nicht gedacht, dass meine erste Liebeserklärung von einer Kuh kommt. Was? Was? Sie ist die beliebteste Kuh des gesamten Doofs? Du bist wirklich ein geborener Frauenheld. Außer bei einer eigenen Spezies anscheinend. Was? Leute, ein großer Bulle hat sich gerade von der Herde gelöst. Verdammt. Abe ist total wild geworden, das ist nicht gut. Er und Mary sind ein Paar, weißt du? Schätze, er ist eifersüchtig, dass seine schöne einen oder anderen Mann Avancen gemacht hat. Wirklich? So, Witze? Bitte aufzuquasseln und fang ihn wieder ein, Junge, das ist deine Schuld. Beliebt zu sein hat wohl auch seine Schattenseiten. Hey! Menschen! Keine Tiere! Menschen! Ja. Ich fang ihn mal wieder ein. Gut, selber vorsichtig. Abe hat ein übles Temperament, danke Junge. Ich könnte es nicht so weit haben. Aber es gibt noch Zougals auf der Loose. Hm. Aber es lohnt sich zu reisen. Es lohnt nicht. Wo ist denn hin? Da drüben. Ist das der Bull? Es ist rund um Zougals. Hey, jetzt. Keine Züge. Aus unserer Weg. Ticket. I'm running. Dragon 4. Legit. Marker. Dragon 4. Illumination. Legit. Legit. Regit. 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 Ich bin froh, dass es endlich vorbei ist. Alles gut, Abe. Gut anscheinend hast du keine Verleitzung davon getragen. Ich denke... Was hast du dabei gedacht? Es ist doch gefährlich da draußen. Jetzt bringen wir dich zurück auf den Hof. Da bist du ja. Abergau Langstrauer. Ich bin so froh, dass es, dass er gesund und munter nach Hause geschafft hat. Ja? Ah? Das ist... Abs, kompletter Name? Ja. Und Mary ist die Kurzform von Marybrew Elbiru. Und Elbiru? Sie ist sicher froh, ihn wiederzusehen. Die klingen eher nach Namen von Lords. Es war bestimmt nicht einfach, den mürrischen Ape zu bringen dir zu folgen. Was? Eigentlich schon. Er hat auf den gesamten Rückweg nicht einmal rumgezickt. Echt jetzt? Wenn Ape dich mag, musst du ein echtes Naturtalent sein beim Umgang mit Tieren, Junge. Bullen und Kühe gehorchen dir gleichermaßen. Du bist... Äh... Du hast den Hof jetzt schon im Griff. Hä? Okay. Ja, vielleicht liegt mir das doch ganz gut. Wenn du jetzt auch noch Menschen verstehen könntest... Er hat dich gefragt. Zieh sich das einer an. Die Weibchen haben sich versammelt. Sie müssen gehört... äh, gehört haben, was er geschafft hat. Really? Oh, wie viele sind das? Hey! Wachen die da? Aaaaah! Die haben ihm angefallen. Null. Die scheinen echt gefallen und dir gefunden zu haben, Junge. Ja, sie haben dich überall abgesteckt. Jetzt ist meine Kleidung voller Schlabber. Nicht verzagen, trag doch einfach diese Uniform hier. Moment mal. Ist das nicht die, die wir für dich abgeholt haben? Bist du sicher, dass du sie mir geben willst? Natürlich bin ich mir sicher, wenn du sie auf Reisen trägst, ist das gute Werbung. Die ganze Zeit über ging es also drum. Ich glaube, es ist besser, wenn wir jetzt aufbrechen. Na gut. Lass mal wieder was von dir hören. Ja. Abe und Mary werden dich vermissen. Ich komme wieder. Halt fürs nächste Mal einfach ein paar Wechselklamotten bereit, falls ich wieder welche brauche. Bauer mit Klamotten. Hehe. Ne. Das trage ich nicht. Oder das lasse ich hier keinen tragen. So ein Blödsinn. In deinem nächsten Leben. So. Okay. Einmal Kuh. Einmal Schwein. Einmal Huhn. Und einmal Schweinchen. Und. Oh, Tierfreund. Ja. Nötig. Nötig. Ganz dringend. Was ist hier? Ja. Nötig. 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 Ja, das bin ich. Warum? Was ist los? Eine Frau namens Kagari ist besorgt um dich. Wir suchen auf ihren Wunsch hin nach dir und deswegen sind wir hier. Oh, meine süße, geliebte Kagari, dass uns das Schicksal immer zusammen bringt. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr so weit gekommen seid, um nach mir zu suchen wirklich. Aber bitte sagt ihr, dass ihr mich vergessen müsst. Was? Ich will wissen warum. Liebst du sie denn nicht mehr? Wohl kaum. Aber wenn ich jetzt meinen Posten aufgebe, werden sie mich dafür töten. Sie müssen ihr Leben ohne mich weiterleben. Zumindest habe ich nicht vor, hier zu sterben. Vielleicht bin ich egoistisch, aber das ist mir egal. Ich habe einen Schwur für dieses Aufrag abgelegt und erfülle ihn, egal was es kostet. Weil ich daran glaube, dass wir uns eines Tages wieder sehen würden. Es ist sehr edel von dir. Jetzt stell dich gerade hin. Genau diese Einstellung möchte ich sehen. Hör zu. Der Kampf um die Krone ist vorbei, sowohl für Dana als auch für Renea. Es steht eine neue Ära bevor. Und ich glaube, ihr beiden seid ihr ein tolles Symbol für ihre wunderbare Potenzial. Herr Notio, wenn du noch einmal bei Dana Geliebten sein könntest, würdest du versprechen für immer an ihrer Seite zu bleiben? Natürlich, dafür lebe ich. Gut. Dann entbinde ich dich hiermit von deiner Pflicht. Wie bitte? Ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, wie das möglich ist. Verzeih mir. Ich hätte mich vorstellen sollen, ich bin Lord Dohalim, Sieger des letzten Kampfes um die Krone. Die Reneischen Gesellschaft ist stark hierarchisch geprägt. Zu meinem Schutz darf niemand deinem Leben drohen, weil du hier weggegangen bist. Mein Lord, wüsst ihr nicht, dass ihr es seid? Verzeih mir, ich weiß nicht, was ich tun kann, um euch eure Großzügigkeit zu danken. Du musst nichts weiter tun, als deine gegebenen Versprechen einzuhalten. Worauf wartest du noch? Geh zu deiner geliebten Kagari zurück. Jawohl, mein Lord. So. Dann... Gehen wir uns da doch hin und gucken, ob der schon da ist. Krieg der Herr! Sieht immer gut, dass du wieder in familiärer Territory bist. Ist er ja schon. Kagari, Kagari, sag... Er hat sich heute auch nicht so ganz dabei. Kagari, Kagari, sag mir, dass du es bist. Nuttio, du bist wirklich... Ja, Kagari, ich bin's. Nuttio, ich bin wieder da. Ähnlich ist der Tag gekommen, als meine Befehle gegeben wurden. Dachte ich, ich würde mein Leben mit dir aufgeben müssen. Aber ich sag dir was. Es verging kein einziger Tag, an dem ich nicht an dich denken musste, meine Liebe. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das wirklich passiert. Oh, Kagari, meine süße, wundervolle Kagari. Wie oft wirst du noch meinen Namen laut aussprechen, alberner Nuttio. Mhm. Es macht mir einfach so viel Freude, ihn mit dir an meiner Seite zu sagen. Und ich werde weiter machen, auch wenn du ihn nicht mehr hören kannst. Äh, ich möchte euch beide ja nicht gerne bei eurem Getruttel unterbrechen, aber... Es macht euch doch sicher nichts aus, wenn wir jetzt weiterziehen, oder? Nein, ihr müsst doch nicht gehen. Wir würden uns so gern revanchieren. Absolut. Gut. Was wären wir für schreckliche Leute, wenn wir euch einfach ziehen lassen würden, nachdem wir unsere Beziehung gerettet haben? Was haltet ihr davon, wenn wir zu eurer Hochzeit kommen, obwohl ich beschämenderweise zugeben muss, dass ich noch nie auf einer war? Oh, es wäre uns eine Ehre, euch dabei zu haben. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns Ehegelöbnis abnehmen würdet, Lordorlim. Wir kommen beide aus unterschiedlichen Kulturen. Dass wir nicht wissen, wo wir anfangen sollen, aber wenn ihr das übernehmt, wird es schon sicher toll. Wenn ihr das wirklich wollt, dann übernehme ich es natürlich gerne. Schickt eine Botschaft nach Pelagion, sobald ihr euch auf einem Termin geeinigt habt. Bis dahin sage ich euch bald lebewohl. Danke, Lordorlim. Wir können es kaum erwarten, euch wiederzusehen, mein Lord. Ich muss sagen, ich habe nicht erwartet, dass ich dich derjenige zu spüren, ihre Reunion. Na, äh... Es war das gleiche mit Alphen und Xion. Zu viel Affektion kann sehr schwer zu behalten. In Wahrheit, du siehst ein bisschen entspannt, Dohalin. Ich habe das Privilege, zu sehen, ihre neue Starte zusammenzunehmen. Fewer Dinge können solche Freude verhindern. Was, wenn es du warst? Was? Tja. Ist das immer noch zu schwach? Also die Bücher... Hä? Da waren wir schon bei diesem Berggipfel. Aber ich gehe mal aus, dass das auch wieder so ein Lichtding ist, dass wir da wahrscheinlich auch nicht stark genug sind vom Level her. Schade. Aber dieses hier sind wir auch noch zu schwach. Ja. Machen wir mal weiter. Wenn wir mal zu Level 60 oder 70 bereich sind, können wir diese weiter machen. Wobei, die zwei Bosse können wir schon machen, wenn wir Level, wenn wir noch 5 Level gestiegen sind. So circa, wenn wir 42, 43 sind. Dann kann man die machen. Aber aktuell sind wir noch irgendwie... Ich weiß gar nicht, sind wir für den aktuellen Fortschritt richtig zu viel oder zu wenig? Ich weiß es nicht. Also, wenn es nicht der Blazin-Sword und der Merry-Crew ist. Mahavar? Ich kann nicht glauben, dass du immer wieder жив bist. Natürlich bin ich. Wenn du Landlubbers aus dem Sink-N-Sink-N-Sink alive kannst, kein Problem wie ein Seadog, wie ich, würde auch nicht. Ja. Aber diese Waffe war schwer. Ich bin froh, dass du okay bist. Entschuldigung, dass wir dich in so viel Gefahr da sind. Ich werde Wasser unter der Brücke bei diesem Punkt. Du hast einen von meinen Leben gemacht. Der Land, auf der anderen Seite... Sie hat ein bisschen ein Bedeutung, ich will sagen. Wirklich? Was ist das? Es sieht gut aus mir aus. Sie ist gut, jetzt. Aber sie war schwer, wenn ich hier zurückgekommen bin. Der Brücke hat den Geist. Und ohne viele Optionen, habe ich versucht, mit dem Head Honcho von Dark Wings zu sprechen. Und ob er kann alles helfen. Und wenn du nicht, die verrückte Leute, haben die Rennin-Engineer zu helfen. Kannst du es glauben? Rennin? Ja. Sie kamen aus Menensea. Sie waren reale Professionals. Sie haben, was sie brauchten, und nicht für mich gar nichts. Ich war ganz nahe froh. Also, sie haben die Arbeit selbst gemacht. Sie sind gut für sie. Sie haben eine gute Arbeit gemacht. Sie ist besser als immer. Sie sind besser als immer. Speaking of which, ich denke, sie ist da, weil du hier bist? Ja. Wir müssen raus auf den Ön, und schnell. Wann können wir fahren? Gib dem Mann ein Minute, um es zu Ende zu denken, Alphen. Er hat noch nicht gesagt, Ja. Alles klar, kleine Frau. Ich bin ein Mann aus dem Meer. Ich werde glücklich helfen. Auf geht's, Leute. Ja. Machen wir doch mal. Abfahrt. Gut, das war vorher zu sehen. Oh? Keine Überfahrt. Wir sind direkt da. Irgendwie sieht das aus wie die Dornen von Chinon. Das Ding hat schon ziemlich großartig. Und zu sehen, es macht es wirklich nach Hause. Ich habe nicht erwartet, dass die Dornen so schnell gehen. Ich dachte, dass die Rennens etwas etwas für uns verlassen würden. Vielleicht haben sie nicht gedacht, dass wir die Nerven kommen haben. Ich glaube, dass wir uns nicht als eine Gefahr sehen. Es ist total möglich, dass sie uns nicht als eine Gefahr sehen. Was bedeutet das? Dass sie denken, dass sie außerhalb unserer Begründung sind. Ansonsten, diese Struktur ist ziemlich die Ungewöhnung. Wahrscheinlich gesagt, ich habe noch nie gesehen, wie es. Du bist richtig. Es sieht nicht aus, wie die Gebäude auf Lennigas ist. Oder wie jede Rennens Struktur, für das Thema. Es ist wunderschön. Es fühlt sich nicht aus, wie es die Art, die Menschen hat. Ja, es ist definitiv etwas schreckliches. Was ist denn aus? Ich weiß nicht. Es ist nicht mechanisch, oder biologisch. Aber es ist definitiv in eine Art, wie es ist. Shion? Ich bin okay. Es ist nichts. Okay. Es ist nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir den Korps finden, nur überwinden. Gut. Kann jemand auf die Astral-Energie von uns? Eine Art, Art? eine Art, eine Art, und eine Art, eine Art, eine Art, eine Art, eine Art, überstehen. Hey, was ist mit dir? Huh? Ich... Du bist okay? Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Als ich nach der Astral-Energie nachgekommen habe, dachte ich, dass ich eine Sprache hörte. Eine Sprache? Ja, ich konnte keine Worte sagen, aber es war so, wie es mir wollte, um es zu kommen. Das sieht aus wie eine Sprechung, richtig? Es ist nicht eine Sprechung! Wie kannst du sagen? Hör, ich weiß nicht warum, aber als es mir sprach, wusste ich, dass es nicht furchtig war. Was denkst du? Es könnte wohl eine Sprechung sein. Aber es ist auch unsere einzige reale Option, außer der sich umhörtert. Wir glauben, dass Rindwell auf das. Du bist sicher? Ja. Es geht um die Alternative, ich glaube. Was habe ich gesagt? Sieht, es ist wie ein Eingeschläge hier rum. Manchmal musst du deine Worte mehr aufmerksam machen, Law. Oh, genau. Eingespielte Margerin. Das andere kommt dann später. Okay. Nichts zu looten. Schade. Okay. Das sieht echt organisch aus. What the fuck? Der Keil. I like that. I see that the interior of the wedge is every bit as strange and unusual as the exterior. Intriguing. If I didn't see it come from Lenecas, I wouldn't believe it was Renan. Aber was ist mit diesem Ort? Ja, es ist alles twisty und lumpy. Was für alles es ist, bin ich gestorben. Okay. Und direkt für sich selber. Oh. Debel? Oh, okay. Hi, Hoodle. You're mine. Prepare for these fields. We're attacking from behind. Where are you going? Stay on up. This one's gonna be tough. Here I come. Swallowblaze. 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 That's it. Stop. Let's go. Here I come. Burn. Keep our heads right. Swallowblaze. Swallowblaze. Now. Astral energy. Voltron. A flawless victory. Naturally. Move escape. Orcane. Dragon Swarm. Loving corruption. Feast of all. Geoforce. Seven eye aqua. Flaming frost. Ignite. Flaming frosty. Metherrack. Prepare to be sealed, though. Actually, that ground is more appropriate. Let's go. Lord do it. Dragon Swarm. We managed to turn the tide. For now. But things could shift at a moment's notice. You're right. Don't release it. All yours, Chisara. Let me help you. Far enough. Dragon fist one's all mine. First game. Swallowblaze. Do it. Dragon fist one's all mine. Astral energy. Say no more. I can feel my precision improving. My worst. This must be the work of Providence. Probably what now? It means destiny. I think it's a bit of an exaggeration, though. Okay. The enemy will stop doing it. We'll see what you are going on. Listen to where you're going. Ground and come. Crump. Clump. Flux. Flax. I am a guardian sword. The flame inside me. Earth will be let free. Ignite. Take this. Swallowblaze. Dragon forms. Winter's aotenade now. Still minding my doom. Take this. We managed to turn the tide. Do not. But things could shift at a moment's notice. gehammert ein besonderes material ist aussieht das habe ich völlig übersehen und die haben aber da kannst du dich hoch springen so nun der guten hier 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 Ich weiß, was ich sehen, wenn ich ihn sehe. Ah, das klingt so komisch. Das ist alles Dannas astral-Energie. Wollt ihr sagen, dass die Rennens es hier durchführen, um ihn zu Lenigus zu senden? Es sieht sicher aus wie es. Wir müssen einen Stumpf dazu, schnell! Da ist das Material! Will ich haben! Was ist das? Zuck! Dasselbe. Oh, die Fliegedinge. Ja, das Ding ich mir auch nicht ganz, wenn ich den Fliegeding an... Oh! Das Ding ich mich verstehe. Oh, ich bin der Fliegede. Wunderblad! 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 Ich habe mir die Fähne, wenn du sie möcht. Ich bin wirklich schwer. Oh, ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es, ich habe es in Essen. Ich kann es auf die Stoffen-Geräte und verwenden sie in der Aufwärteile. Ich weiß nicht, was das wird. Das scheint zu sein. Ich habe es schrecklich. Wie geht's denn hier hin? 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 Wie geht's denn hier hin?